Baddha-Hasta Swastikasana ist eine Meditationshaltung, ein Meditationssitz. Falte die Füße in Swastikasana und dann falte die Hände oberhalb des Fußes. Öffne dabei Bauch und Brustkorb, halte die Schulterblätter hinten. Dies ist eine schöne Meditationshaltung, um den Geist gut zu konzentrieren. Du kannst daraus auch eine Dehnübung machen, indem du die Hände hinter dem Gesäß faltest und aber den Brustkorb wölbst, Schulterblätter zurückgibst oder du kannst auch mit gefalteten Händen dich nach vorne beugen als Zeichen der Ehrerbietung und so die Stirn auf den Boden geben und dich mit der Kraft der Erde verbinden. Beide Variationen kannst du vor oder nach der Meditation machen, sei es um dein Herz zu öffnen, sei es um dich zu verneigen. Beide Variationen Beide Variationen Beide Variationen